Ja Leute, momentan ist natürlich eigentlich die richtig heiße Phase auf dem Transfermarkt, aber Donnerstag ist Vorschautag bezüglich des Wochenendes, was nicht alles so passieren wird in den Spielen, was meine persönlichen Highlights sind. Über Transfers werden wir dann morgen und wahrscheinlich auch übermorgen nochmal quatschen, aber wir gehen rein natürlich in meine persönliche Wochenendvorschau, was sind so die Highlights des Wochenendes. Und da gibt es gleich am Freitag ein richtig geiles Game und zwar um 20.45 Uhr in der Serie A spielt die AS Roma gegen den AC Mailand. Roma mit einem richtig schlechten Saisonstand, nur ein Unentschieden und eine Niederlage. Milan dagegen perfekt gestartet mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Und dieses Spiel ist an sich schon mal super interessant, weil es natürlich beides Mannschaften sind, die durchaus den Anspruch haben, den Titel zu holen. Die Roma ja ordentlich aufgerüstet im Transfersommer, Ndeka, Aura und wie sie nicht alle heißen. Und vor allen Dingen auch die Frage, sehen wir vielleicht sogar einen weiteren Neuzugang und zwar Romelu Lukaku. Denn der ist jetzt ja auch zur Roma gewechselt und es wird sehr interessant zu sehen sein, ob Mourinho Lukaku so sehr vertraut, dass er ihn direkt von Anfang an spielen lassen wird. Denn Tammy Abraham, der fällt ja erstmal noch aus. Belotti ist sicherlich kein schlechter Mann, aber in diesem 3-5-2-System im Zusammenspiel mit Paolo Dybala könnte natürlich Romelu Lukaku das ganze Spiel der Roma nochmal auf ein ganz neues Level heben. Für Lukaku selber habe ich auch ein Video gemacht, der wichtigste Wechsel seiner Karriere. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken, warum es dieser Wechsel für seine Karriere der wichtigste ist. Und zwar, weil er hier eben nochmal die Chance hat, unter perfekten Bedingungen, mit einem perfekten Nebenspieler, mit Dybala, wirklich nochmal komplett aufzublühen. Und das, wenn er es hier nicht schafft, ich fest davon überzeugen, dass es gar nicht klappen wird. Das heißt, es wird sehr interessant zu sehen sein, ob Lukaku spielt und wenn, wie er performen wird. Und dann haben wir den nächsten Fakt bei der Roma, dass der Druck extrem hoch ist. Viele geile Neuzugänge, viele Erwartungen. Man hat eigentlich eine supergeile, schlagfertige Truppe, aber man hat bisher noch keinen Sieg geholt. Und du spielst jetzt hier gegen den AC Mailand, die perfekt in die Saison gestartet sind bisher, wo du eben den Druck hast zu liefern. Und wenn du nicht lieferst, dann am Ende nach drei Spielen nicht einen Sieg hast. Das wäre schon sehr, sehr kritisch für die Roma und dementsprechend auch wäre der Druck für Mourinho extrem hoch. Da auf der anderen Seite haben wir den AC Mailand hier zum jetzigen Stand, weiß man noch nicht, ob der Deal durch ist, nämlich der Tarimi-Deal. Es könnte aber sein, dass jetzt in den nächsten Stunden es heißt, ey, der Deal ist durch und wer weiß, vielleicht debittiert er ja auch gleich. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, dass ein Deal ganz kurz vorher erst fix ist und dann ein Spieler auf jeden Fall schon mal eingewechselt wird. Bestes Beispiel war ja zuletzt Harry Kane. Deal war durch und einen Tag später hat er schon die ersten Minuten gegen Leipzig im Superpokal bekommen. Also auch das wird sehr interessant. Und die andere interessante Frage ist, wie gut ist der AC Mailand wirklich? Weil ja, man hat zwei Siege geholt, das Ganze aber eben auch hier gegen Torino und eben Bologna. Zwei Teams, wo man ganz klar sagen muss, ey, die sollte ein AC Mailand auf jeden Fall schlagen. Jetzt mit der Roma haben wir den ersten Härtetest. Gerade für diese Mannschaft mit so vielen Neuzugängen wird das dann doch sehr, sehr interessant. Wie schlägt sich diese Truppe auch gegen eine andere hochqualitative Truppe? Dann haben wir das nächste Game, was ich sehr interessant finde. Und zwar am Samstag um 18.30 Uhr haben wir Brighton gegen Newcastle United. Ja, Newcastle fast schon so ein Standardteam in meiner Folge, in der Vorschau. Aber auch die haben wir wieder ein Top-Duell erwischt. Brighton auf jeden Fall mit zwei Siegen und einer Niederlage gestartet. Wobei sie selbst bei dieser Niederlage unglaublich viel Ballbesitz und Co. hatten gegen West Ham. Aktuell sechster Platz. Newcastle mit einem Sieg lediglich und zwei Niederlagen gestartet. Aktuell nur Platz 13. Brighton, ja, super interessantes Team. Auch hier wird es sehr interessant sein, ob man das Baleba-Debüt sieht. Der Mann, der so gesehen der Caicedo-Ersatz sein wird. Das wird sehr, sehr interessant, ob man den Jungen sieht oder nicht. Ich kann viel zu dem Spieler an sich nicht sagen. Aber was man weiß, wenn Brighton zuschlägt, dann werden sie das mit sehr, sehr viel Bedacht getan haben. Das habe ich noch nicht mal auf der Grafik jetzt noch mit drin, wo ich es hier erstellt habe. Aber Ansu Fati ist jetzt ja auch noch zu Brighton gewechselt, leihweise. Das kam irgendwie kurz, bevor ich es hier jetzt angefangen habe, aufzunehmen, nochmal die News. Dementsprechend, auch der ist natürlich ein großer, interessanter Spieler. Also beziehungsweise, was heißt großer, aber ein Riesentalent auf jeden Fall. Und das wird sehr interessant, ob auch der vielleicht Einsatzminuten kriegen kann. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, Brightons Fußball sich anzugucken. Nicht einfach nur, weil sie im letzten Jahr gut erfolgreich waren oder so viele Spiele an sich entwickeln. Es ist auch einfach der Trainer De Serbi, der wirklich nochmal ein Upgrade zu Graham Potter ist, was man kaum hätte glauben können eigentlich. Weil Potter und Brighton, das war so, das war wirklich perfekt. Aber De Serbi und Brighton, das passt einfach so plus eine Krone obendrauf. Also das ist unglaublich, wie gut der diese Mannschaft im Griff hat. Egal, wer da momentan irgendwie wechselt. Wie krass man den einfach ersetzt kriegt. Und auch gegen, selbst bei Niederland gegen West Ham, da hatte man einen Ballbesitz ohne Ende, Chance ohne Ende. Hätte das Spiel durchaus auch gewinnen können. Und De Serbi spielweise ist super interessant. Für mich auch so einer der interessantsten. Wobei ich sogar momentan sagen würde, der interessanteste junge Trainer im Weltfußball tatsächlich. Zumindest würde ich es momentan sagen. Weil bei Nagelsmann, klar, der gehört da auch mit zu in der Top 3. Aber De Serbi ist halt jemand, der momentan so gerade krass abgeht bei Brighton, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der bald auch den nächsten Schritt gehen wird. Also De Serbi auf jeden Fall Top 3. Von mir ist auch der interessantste, wie auch immer man es klassifizieren will. Aber De Serbi, wenn der das, was er momentan implementiert bei Brighton, wenn das wirklich seine Philosophie ist, dann sehen wir hier wahrscheinlich einen zukünftigen Welttrainer meiner Meinung nach. Dann haben wir Newcastle United. Die sind, glaube ich, das vierte Mal in diesem Format vorbei. Aber man muss doch sagen, für Newcastle ist es das vierte Top-Duell. Also ich habe keine Ahnung, wer diesen Premier League-Spielplan gemacht hat. Aber für Newcastle hat er es nicht gerade einfach gemacht. Sie hatten schon Aston Willer im ersten Spieltag. Die haben sie komplett kaputt geschossen. Dann Man City gehabt und eben Liverpool. Und jetzt kommt eben auch Brighton. Also vier Top-Duelle hintereinander. Klar, es ist auch die Premier League. Da gibt es halt auch sehr, sehr viele sehr krasse Teams. Aber Newcastle hat es nicht einfach mit diesem Kader, beziehungsweise nicht Kader, nicht einfach mit diesem Spielplan. Und die größte Frage bei Newcastle ist eigentlich eher die defensive Balance. Weil offensiv wird Newcastle liefern. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, ob es jetzt ein Anthony Gorn ist, ob es ein Jonathan, ob es ein Alexander, den Vornamen ist auch scheißegal, ob Isaac liefern wird. Ich habe seinen Vornamen gerade nicht im Kopf. Oder sonst wer. Da mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen, dass die liefern werden. Offensiv ist das Team top. In der defensive Balance bin ich mal gespannt, wie sie dort agieren werden. Weil da habe ich hier und da noch meine Zweifel, so gut die defensive auch ist, mit Scher, mit Bottmann und Co. Trotzdem bin ich mir da noch nicht ganz sicher, ob man auch gegen diese spielerische Wucht, die Brighton mitbringt, wirklich standhalten wird. Es wird sehr interessant. Es wird so ein Spiel, wo ich um ehrlich zu sein sagen muss, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass man entweder so ein souveränes 2-0 von irgendeines dieser Mannschaften sieht oder so ein richtiges torreiches Fest. Aber das werden wir uns mal anschauen. Und am Samstag gibt es dann noch ein weiteres Duell. Und zwar haben wir dann in der Serie A um 20.45 Uhr den SSC Neapel, der in den ersten zwei Spielen beide Siege geholt hat, gegen Lazio, die tatsächlich in den ersten beiden Spielen verloren haben. Hier natürlich die Frage, bei Napoli trifft Victor Ossimène weiter. Ich meine, der Mann, letztes Jahr Torschützenkönig geworden, unglaubliche Entwicklung hingenommen, ist momentan nicht aufzuhalten und wird der von der Lazio aufzuhalten sein. Und das andere ist natürlich auch hier wieder, dass man ein paar interessante Neuzugänge hat. Jetzt zuletzt natürlich Lindstrom geholt. Aber ich bin fast sogar noch gespannter als auf Lindstrom, bin ich persönlich auf Neffen, also auf den brasilianischen Innenverteidiger, den man geholt hat, oder Nathan, wie auch immer der jetzt aufgebrochen wird. Weil der soll ja eigentlich der Ersatz sein für Kim. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob man den jetzt endlich mal sehen wird. Weil da würde ich gerne selber mit meinen eigenen Augen sehen, okay, was hat der vier Fähigkeiten und Co. Ich meine, Napoli geht da für mich schon ein relativ großes Risiko, wenn man da wirklich sagt, ey, wir holen uns diesen Brasilianer aus der brasilianischen Liga und der soll eigentlich der Kümmer-Satz sein. Da muss man ja viel von ihm halten und ich würde gerne wissen, wieso, weshalb, warum. Deswegen würde ich ihn gerne auf dem Spielfeld sehen. Man muss ja auch sagen, zum Beispiel auch jemand wie Kai Juste, macht ja auch einen guten Eindruck, muss man sagen. Hat da auch noch nicht ganz so viele Minuten sammeln können. Aber auch der, so jemand, der im Mittelfeld verpflichtet worden ist, auch kein großer Name. Jetzt ähnlich wie jetzt auch Nathan oder auch Lindstrom ist jetzt nicht der größte Name. Napoli auf jeden Fall mit einer interessanten Transferstrategie, aber zum Beispiel Kai Juste hat mir schon gut gefallen bisher. Ist ein interessanter Mann auch. Und Napolis Transfers sind allgemein alle so in der Kategorie interessant. Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber diese Fragezeichen machen das Ganze natürlich auch so super interessant einfach. Dann haben wir Lazio. Und hier muss man sagen, zwei Spiele gespielt, beide Spiele verloren. Einerseits gegen Lecce verloren und eben gegen Genoa verloren, wo man sagen muss, ey, ihr habt gegen zwei Teams verloren, die Abstiegskandidaten sind. Was ist los bei der Lazio? Das ist natürlich überhaupt nicht geil. Und jetzt spielst du gegen den italienischen Meister. Das heißt, eine dritte Niederlage ist hier nicht so unwahrscheinlich. Und wie schon bei der Roma, könnte hier auch der Druck bei Lazio extrem groß werden. Weil wenn du mit drei Niederlagen am Stück startest und das als Vizemeister, dann wird auf jeden Fall ein bisschen was abbrennen. Dann darfst du auf jeden Fall mit viel Druck rechnen. Ich meine, die Lazio hat ja auch ein paar interessante Transfers geteilt. Hier freue ich mich vor allen Dingen auf einen Mann und ich hoffe, er spielt endlich und zwar Rovella. Nicht nur bin ich gespannt auf sein Debüt, sondern grundsätzlich auf den Impact, den er aufs ganze Lazio-Spiel haben wird. Ich bin ein riesen Rovella-Fan. Ich fand es richtig stark, was er bei Monza gespielt hat. Ist auch so super zufrieden, ich bin mit der Juve-Transferphase, bin es dieser Abgang der, der mir echt schmerzt. Und ich bin sehr gespannt, ob Rovella spielt und wenn er spielt, was für einen Impact er schon im ersten Spiel haben kann. Denn, wie gesagt, er ist für mich der Lenker und Denker der Zukunft dieser Lazio-Mannschaft, wenn er das bringen kann, was in ihm steckt. Das letzte Highlight an diesem Wochenende ist für mich am Sonntag. Ja, auch am Sonntag haben wir tatsächlich zur gleichen Uhrzeit Union Berlin gegen RB Leipzig. Super geiles Spiel. Leider gibt es zur gleichen Uhrzeit nämlich den FC Arsenal gegen Manchester United. Dieses Duell ist einfach noch viel Hochklassiker. Man hat hier einfach Arsenal mit zwei Siege und einem Unentschieden, Platz 5 aktuell. United zwei Siege, eine Niederlage, Platz 8. Bei Arsenal sehr interessant, was kann weiterhin Enquetia zeigen. Hat richtig gut performt zuletzt, muss man sagen. Ist richtig stark in Form. Und es scheint wirklich auch derjenige zu sein, wo man sagt, jo, der könnte dieser Breakout-Spieler sein. Für viele war es vielleicht auch so ein bisschen verwunderlich, dass Balogun beispielsweise nicht das Vertrauen bei Arsenal genießt und jetzt am Ende ja sogar zu Monaco verkauft worden ist und die ganze Zeit schon auf dem Transfermarkt war, obwohl er ja auch ein großes Talent sein soll. Aber Arsenal setzt da vorne eben auf Jesus oder eben Enquetia und der ist auch ein super interessantes Talent. Ich verstehe auf jeden Fall, warum Arteta auf ihn bauen will und auf den bin ich auch sehr gespannt hier gegen Man United. Andererseits haben wir hier auch noch natürlich die Frage, okay, schafft es Arsenal, ihr Ball-Besitz-Spiel auch gegen Manchester United durchzuziehen und wenn ja, wird das der Schlüssel zu Erfolg sein? Denn bei United haben wir auch viele Fragen. Und da ist nämlich die Frage, okay, wie konterstark ist dieses Team? Wie schafft es Man United, die Konter so zu setzen, um wirklich Arsenal mit Nadelstichen immer wieder wehzutun? Andererseits ist auch die ganz große Frage, die damit einhergeht, wie stark ist das Spiel ohne Ball von Man United? Denn man muss es schon sagen, United ohne Ball, das ist eigentlich nicht ganz so die Spielart und Weise von Ten Hag, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es United schafft, ihr Spiel auf dieses Arsenal momentan zu übertragen, sondern ich bin da eher überzeugt davon, dass Arsenal, wenn sie alles aufs Feld bringen, das Spiel machen werden. Da bin ich sehr gespannt, wie United eben in dieser Situation das Ganze handhaben wird. Man muss das Ganze ja sagen, United ja unterm auch zuletzt, da ging Nottingham Forest nach einem 0-2, noch das Ganze gedreht auf ein 3-2. Richtig Mentalität bewiesen, richtig stark nochmal das Ganze umgekehrt. Dementsprechend kommen die hier mit viel Rückenwind. Arsenal jetzt zuletzt gegen Fulham unentschieden gespielt, wo man ja sagen muss, dass Arsenal die viel, viel bessere Mannschaft war. Also auch hier wird das sehr interessant. Beide Teams hier natürlich mit viel Ambition, wollen beide natürlich das Maximum erreichen und ist halt einfach ein absolutes Top-Duell in der Premier League und daher auch für mich am Sonntag das Highlight, was ich mir geben werde. Das ist einfach nochmal höher anzusehen als RB Leipzig gegen Union Berlin, auch wenn das sicherlich auch ein interessantes Game sein wird. Das sind auf jeden Fall meine Highlights hier. Für dieses Wochenende alles auch Games, die ich mir auf jeden Fall geben werde. Ich gucke dann natürlich noch Bundesliga-Komfi und vielleicht hier und da noch das eine oder andere, wobei diese Games schon eigentlich echt ausreichen, aber Comfi gebe ich mir in der Regel auch noch immer die Bulli. Und natürlich das Juve-Spiel, wobei ich gar nicht weiß, ich glaube, wir spielen Sonntag. Dann kann ich alle diese Spiele auch gucken. Das ist immer ein bisschen doof, wenn Juve spielt und eins dieser anderen Highlights. Aber gut, das sind dann meine, nicht eure Probleme. Euer Willosche, Melsich, auf jeden Fall vieles Erste ab und bye-bye.